Stressmanagement. Was ist um Himmels Willen ein Stressmanagement? Spannende Frage, die ich euch jetzt gerne beantworten werde. Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Triembacher, eurem Performance Coach. Ja, jetzt ist eine ganz berühmte Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme im Coaching. Andreas, was ist denn letztendlich die größte Herausforderung? Wo haben die meisten Menschen Probleme? Ist es die Ernährung? Ist es die Bewegung? Ist es der Schlaf oder ist der Stress? Was wirkt hier am krassesten? Der Hintergrund ist der, dass viele Leute fragen und sagen, Andreas, du als Unternehmer, als Führungskraft, als Selbstständiger kommt jetzt gerade eine große Aufgabe auf mich zu. Aber nächstes Jahr, weil ich natürlich gewisse Dinge erahne, weiß ich, dass ich jetzt noch mal einen drauflegen will. Nicht muss, sondern will. Ich will einen drauflegen, weil mir ist klar, im Moment ist es so, dass durch Einflüsse, die gerade im Weltgeschehen sozusagen Widerstände liefern, dass die dafür sorgen, dass ich noch besser werden will, wie ich schon bin. Das Muss ist nicht drin, denn wenn ihr ein Muss hört, das dürfe ich gleich mal mitgeben, sobald ihr ein Muss hört, wisst ihr, was ihr nicht machen werdet. Denn hinter dem Muss steht immerhin da, ich will das nicht tun. Meine Kunden, die ich habe, fragen das und wissen auch schon, dass sie auf ihr Wording achten sollten, denn ihr Wording ist nichts anderes, die Quersumme ihres Denkens, ihre inneren Dialoge und vor allem auch ihre Glaubenssätze. Und dann ist immer die spannende Frage, Andreas, wenn ich jetzt in Zukunft mehr leisten will, was muss ich tun? Was ist das Wichtigste? Ich weiß, dass diese vier Energiequellen, die kenne ich ja schon, ich weiß, dass die wichtig sind, aber welches davon ist die wichtigste? Und diese Frage möchte ich euch heute beantworten. Denn das ist auch das, was den meisten meiner Kunden sozusagen die größte Herausforderung ist. Ist das Thema, was denkt ihr? Viele denken, ja, das ist bestimmt die Ernährung. Es ist der Stress. Der Stress? Wie bitte? Ja, ich erkläre es euch warum. Schaut mal, das ist ein geschlossener Kreislauf. Wenn wir gestresst sind, sind wir in dem sogenannten Alarmzustand. Unser Körper, unser Geist ist hoch aufmerksam. Es ist ein ganz normales System, das gibt es von Natur aus. Das wurde erschaffen, um uns zu schützen. Also früher in der Urzeit war es so, der Urzeitmensch geht schlendern durch den Wald mit seiner großen Keule in der Hand und kommt auf eine Lichtung und hört, Säbelzahntiger. Oh, Vorsicht, Vorsicht, der war da ganz weit weg, der war noch echt weit weg, zwei Kilometer, aber Alarm neben ihren Rinde. Schiebt mal die Hormone, Noradrenalin, Adrenalin nach oben und danach holt auch Kortisol. Was passiert? Wir sehen besser, wir hören besser, wir riechen besser. Wir sind stärker. Wir können schneller rennen. Wir sind explosiver. Ja, das ist wichtig, denn es ging um zu überleben. So, und dieses System gibt es heute auch noch. Nur haben wir ja keine Säbelzahntiger mehr. Doch haben wir. Nicht die Säbelzahntiger, die dafür sorgen, dass wir sterben. Wir haben so kleine Säbelzahntiger. Das ist ein Kunde, der sich gerade beschwert. Das ist ein Mitarbeiter, der mal wieder krank ist. Das ist ein Mitarbeiter, der gerade dummes Zeug gemacht hat. Das sind die Kinder daheim, die Unfug betrieben hast, die Frau, die unzufrieden ist. Also wir haben überall unsere kleinen Säbelzahntiger sitzen und die heulen und jammern und machen und tun. Unser Alarmsystem ist unfair. Jetzt müsst ihr mal überlegen, was passiert eigentlich dann, wenn wir Stress haben? Wenn wir Stress haben, ändert sich komplett hormonell der Körper. Er lässt keine Ruhe zu, er lässt keine Verdauung zu, er lässt keine Regeneration zu. Das ist ein No-Go, geht nicht. Jetzt müsst ihr mal überlegen, wie viel Säbelzahntiger ihr den ganzen Tag habt. Säbelzahntiger, was auch noch dazukommt, ist die Medien, was wir konsumieren. Das sind die Social-Meter-Plattformen, was wir da anzugucken. Gucken wir uns den Boxkampf an, dann gucken wir uns die Nachrichten an, dann gucken wir uns das NTV an. Das sind alles die Säbelzahntiger. Und das System ist die ganze Zeit on fire. Dann kommen wir noch dazu. Wir haben auch noch Forderungen, was wir alles erreichen möchten. Wir haben uns Ziele gesetzt, die vielleicht auch noch zu hoch sind. Wir haben eine To-Do-Liste, die völlig überquillt. Alles, was wir tun, füttert unseren Kanal für innere Unruhe, für Stresshormone. Schön, schön weitermachen. Jetzt machen wir Tag ein, Tag aus, Tag ein, Tag aus. Jetzt bitte einmal vorstellen, wenn es hormonell nicht möglich ist, zu verdauen, wenn es hormonell nicht möglich ist, in Ruhe zu kommen, was passiert? Das System wird überlastet. Das heißt, wir fahren jetzt die ganze Zeit unser schönes Auto im roten Drehzahlbereich, kurz vor dem Drehzahlbegrenzer. Ab und zu schaltet er auch ein, das ist dann, wenn es Ohr pfeift, wenn wir dann nicht mehr schlafen können, wenn wir dann Verbrauchungsprobleme haben, das ist dann der Drehzahlbegrenzer. Was machen wir? Kurz, kommt gerade unter wieder Vollgas. Und die Säbelzahntiger sind alle schön aktiv. Und dieser Stress sorgt dafür, dass wir was nicht können, dass wir nicht schlafen können. Jetzt haben wir die Herausforderung, wir können nicht schlafen. Wenn wir nicht schlafen können, fehlt uns am nächsten Tag die Energie. Wenn wir auch morgens aufstehen und wirklich total am Arsch sind, klartextdeutsch, müde, ihr kennt das morgens. Ihr habt keinen Bock zum Frühstücken. Ihr habt immer Bock, was muss ich mir anziehen, alles schon wieder Stress. Wir sind innerlich müde. Unser Geist ist müde, unser Körper ist müde. Haben wir dann Lust, uns gesund zu ernähren? Wir haben keine Lust auf Frühstück. Wir trinken einen Kaffee, derjenige, der raucht, raucht noch zwei Zigaretten, geht raus. Draußen, wenn wir schon irgendwas finden zu essen, wird schon funktionieren. Derjenige, wo müde ist am nächsten Morgen, ausgepowert, keine Energie hat, will der sich bewegen? Hat der Bock, sich zu bewegen? Hat der Bock, regelmäßig Sport zu machen? Nein, hat er nicht. Logischerweise, der Körper sucht Ruhe. Ist ja klar. Mittagessen. Jemand, der gestresst ist, wie ist der? Ist der schnell? Schlingt er? Dadurch, dass der Mensch im Sympathius aktiv ist, kann der Verdauungstrakt richtig arbeiten? Nein. Verdauung funktioniert nicht. Der Mensch kommt abends nach Hause, ist ausgehungert, weil er den ganzen Tag relativ wenig zu essen bekommen hat. Sein Verdauungstrakt hat auch den ganzen Sachen, die er gestern hat, nicht richtig verdaut. Es kommt wenig Energie im Körper an. Was macht derjenige? Richtig, Kühlschrank auf. Erstmal rein, danach noch ein übriges Abendessen und danach noch vielleicht ein Bierchen oder zwei. Man kann nicht schlafen, also brauchen wir als Schlafritual ein Weinchen, ein Bierchen. Die Energie geht immer weiter in den Keller runter. Liegt es daran, dass es uns nicht im Klaren ist, dass wir uns regelmäßig bewegen sollten? Liegt es daran, weil wir nicht wissen, dass das, was auf dem Teller ist, nicht gesund ist? Stimmt doch gar nicht. Wir wissen das doch alles. Wir treffen nur irrationale Entscheidungen, weil wir gestresst sind, weil wir nicht zur Ruhe kommen. Somit ist das ein Auslöser. Ja. Stress, keine Ruhe mehr zu finden, hormonell diese, dieses Ungleich, die wir im Körper, das ist ein Hauptauslöser. Ich war gerade gestern, war ich in der Firma. Vertrieb. Gradios. Sind richtig gut. Die wissen aber auch, sie müssen jetzt Gas geben. Und dann habe ich gefragt, wer hat ein Problem mit dem Essen? Davon waren von sieben, waren vier. Wer hat ein Problem mit der Bewegung? Fünf. Zwei nicht. Wer hat ein Problem mit Schlafen? Alle Hände hoch. Eindurchschlafen. Und wer fühlt sich gestresst? Alle Hände hoch. Jetzt ist die Frage, haben wir ein Ernährungsproblem? Haben wir ein Bewegungsproblem? Haben wir ein Schlafproblem? Ja, wer haben diese drei Herausforderungen? Nur, was ist der Auslöser dafür? Ist es das Nichtwissen, was wir essen sollten? Nein. Ist es das Wissen, dass wir keinen Sport betreiben sollen? Dass wir das Nichtwissen? Nein. Ist es das Wissen, nicht zu wissen, dass wir frühzeitig ins Bett gehen sollten? Nein. Das wissen wir alles. Aber dieser Stress, den wir da haben, den wir uns auch zu größten Anteilen selbst machen, der sorgt dafür, dass wir irrationale Entscheidungen treffen. Ja. In einem Stresszustand werden wir nicht vernünftig essen. In einem Stresszustand werden wir Essen vergessen, weil der Körper die Verdauung verbietet, den Hunger verbietet, weil wir jetzt gerade auf dem Fight-Modus sind, also im Jagd-Modus sind. Wir werden uns nicht bewegen, wenn wir erschöpft sind. Nein. Werden wir nicht. Das wäre die beste Idee. Fight or Flight heißt Flight. Flüchte. Beweg dich. Belaste deine Muskulatur. Aber geht das überhaupt, wenn ich nicht geschlafen habe? Geht es überhaupt, wenn ich mich nicht gesund ernähre, wenn ich energielos bin? Nein, das geht auch nicht. Und so ist jetzt die große Frage, was brauchen wir denn als Unternehmer, Führungskraft, Selbstständiger? Brauchen wir ein Videotraining, wo uns zeigt, wie wir trainieren? Brauchen wir nur einen Ernährungsplan? Brauchen wir nur einen Trainingsplan? Wir brauchen eine Kombination. Eine Kombination. Erstes Mal erkennen, benennen. Jetzt mal gucken, was ist der größte Pain-Point, Freunde? Was ist dein größter Pain-Point? Ist es tatsächlich der Stress? Bei den meisten ja. Wie entsteht dieser Stress? Was steckt dahinter? Erst mal gucken, was sind die Auslöser? Die Auslöser erkennen, benennen, ersetzen, eliminieren. Das ist Point Nummer eins. Point Nummer zwei parallel dazu, die Ernährung umstellen. Point Nummer eins, die Bewegung wieder zunehmen. Ganz langsam. Step by step. Und was passiert? Die Energiespeicher füllen sich. Wenn die Energiespeicher sich gefüllt haben, weil wir besser geschlafen haben, wenn die Energiespeicher wieder gefüllt sind, beziehungsweise uns mehr wohlfühlen, wenn wir mehr Sauerstoff haben, wenn wir leistungsfähig sind, wenn wir Sport betreiben, wenn wir wieder besser schlafen können, der Energiepegel geht nach oben. Und was passiert? Tja, die Welt ist wieder rosa. Wow. Ist alles gar nicht so schlimm. Wow. Es ist kein Problem. Es ist eine Herausforderung, grandiose Herausforderung. So ändert sich das Ganze. Hört sich geil an, oder? Hört sich auch einfacher. Ist es aber nicht. Ist es nicht. Warum gibt es immer mehr stressgeplagte Menschen? Warum gibt es immer mehr Menschen mit Essproblemen? Warum gibt es immer mehr Menschen, die Bewegungsprobleme, die eingeschränkte Mobilität haben? Gerade Unternehmer, Führungskräfte und Selbstständige. Die haben zum Teil eine Mobilität mit 40. Die ist das in anderen Ländern, wo die Menschen noch nicht diesen Stressfaktor haben, mit 60, 65 haben. Das haben die schon mit 40. Eingeschränkte Mobilität. Körpersprache eine Katastrophe. Und was ist der Auslöser? Es nicht zu wissen, Freunde, bitte. Nie im Leben ist es das, es nicht zu wissen. Sondern die Strategie. Viele fangen an, ihre Ernährung umzustellen. Viele fangen an, Sport zu betreiben. Wie lange geht das Ganze? Vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen, warum? Weil der Auslöser dafür nicht gesucht wurde. Genau das ist Folgendes. Stellt euch mal bitte einen Baum vor. Und auf dem Baum ist Obst. Welches Obst pflückt ihr? Das Reife, oder? Und das Gleiche gilt für unsere Pain-Points. Erstmal rausfinden, was der Pain-Point Nummer eins ist, was der Auslöser. Diesen Pain-Point bearbeiten. Parallel vielleicht noch einen zweiten Punkt dazu. Und dann Step-by-Step umsetzen. Und so langsam aber sicher, wenn die Energie zurückkommt. Wenn wir diese Energie wieder haben, diese Lebensenergie, diese Power. Wo wir sagen, hey, und? Dann lass es doch im Moment schwierig sein. Ja, und? Es ist eine grandiose Herausforderung. Ist ja auch wichtig. Der Markt reinigt sich dadurch auch. Und zeigt auch, wer hat tatsächlich die Energie, das alles umsetzen zu können. Das alles zu überstehen. Es ist wie ein Sturm im Wald, wenn die kleinen, faulen Ästchen runterfallen. Ja, das waren die Ästchen, die keine Energie mehr hatten. Die wurden vom Baum nicht mehr versorgt. Mit Energie, die sind runtergefallen. Jetzt ist die Frage, was brauchen wir? Energy is the key. Ist so. Ja, das kann ich eindeutig tausendfach der letzten 30, über 30 Jahren belegen durchs Coaching. Wenn Menschen wieder Energie haben, haben sie Power. Wenn sie Power haben, setzen ihre Ziele um. Verfolgen ihre Ziele. Und darum geht es. Runtergehalten geht es ganz einfach Energie. Wenn es draußen keine Sonne gäbe, gäbe es keine Blumen. Es gäbe keine Menschen. Das ist Energie. Die pure Energie. Und dann sollten wir ganz einfaches Buch aufschlagen, zu schauen, wer klaut mir denn an Energie? Wer ist der Auslöser, wer meine Energie klaut? Das reife Obst pflücken wir. Wir sorgen dafür, über diese einzelnen Strukturen, die wir optimieren und zack, 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 zack. Der Energielevel geht immer weit nach oben, immer weit nach oben, immer weit nach oben. Irgendwann ist die Akkus wieder voll. Und dann kennst du das. Du kennst das. Jeder kennt das. Wenn du morgens aufschlässst und sagst, yes, Sir, heute gehe ich trainieren, yes, Sir, heute ernähre ich mich gesund, yes, Sir, heute reiße ich alles kurz und klein, weil ich die Energie dafür habe. Egal, was heute kommt, egal, welche Kunden mich anrufen. Ich bin in der Lage, energetisch alles umzusetzen, weil ich die Power dafür habe. Darum geht es. Das ist unsere Arbeit. Das ist meine Arbeit als Performance Coach. Als Performance Coach habe ich die Verpflichtung, meinen Kunden die maximale Energie zu liefern. Für ihre Projekte, für ihr Unternehmen, für ihr Business, für ihre Selbstständigkeit. Darum geht es. Und damit du das auch machen kannst, damit du auch deine Ziele erreichen kannst, damit du energetisch geladen bist, kannst du jetzt hergehen und kannst sagen, stimmt. Lass uns das Projekt mal gemeinsam angehen. Jetzt findest du in den Shownotes, findest du andreas-trienbacher.com und da gehst du rein und vereinbarst deinen ersten unverbindlichen Beratungstermin. Nicht bei mir, das macht einer meiner Mitarbeiter. Der schaut erstmal, inwieweit du auch schon die nötigen Voraussetzungen hast, um dieses Projekt angehen zu können. Es nutzt uns nichts, wenn du aufschlägst und sagst, ich will, ich will, ich will. Aber du hast nicht die nötigen Grundvoraussetzungen, diese minimalen Skills, die man dafür braucht. Wenn du nichts hast, dann wird es nicht funktionieren. Dann fangen wir erst gar kein Projekt an. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also erst, wenn du bereit bist, erst, wenn du soweit bist, und das findet mein Mitarbeiter raus, wenn das passt, dann kommst du weiter zu mir und dann haben wir beide unser erstes unverbindliches Beratungsgespräch. 60 bis 90 Minuten, entweder hier vor Ort oder online. Dann erkläre ich dir ganz genau, wie wir bei dir vorgehen. Wir finden ganz genau raus, wie gehen wir bei dir strategisch vor, dass du Erfolg hast. Dass du in den nächsten halben Jahr bis Jahr maximal Energie bekommst. Dass all das, was auf dich zukommt, alle deine Herausforderungen, deine grandiosen Herausforderungen, du sagst, ey, alles easy, gib mir, gib mir, gib mir, ich kann, das kennst du. Du weißt ganz genau, du hattest das schon mal. Du hast vielleicht jetzt verloren. Und genau dieses Projekt können wir gemeinsam angehen. Jetzt bist du dran, andreas-trienbacher.com, einmal deinen Wunschtermin eintragen. Wenn alles passt, dann haben wir in Kürze die Ehre, ein schönes Gespräch zu führen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, maximale Gesundheit und maximalen Erfolg. Ciao.